Tilman Kuban, 33 Jahre alt, gelernter Jurist, gelegentlicher Fußballtrainer und Chef der Jungen Union. Und Wolfgang Bosbach, 68 Jahre alt, saß viele Jahre im Bundestag für die CDU, in die er eingetreten ist, als Willy Brandt Bundeskanzler war. Was sagen die beiden? Sollte sich die CDU besser auf einen oder maximal 2 Kandidaten einigen, die dann im Dezember zur Wahl antreten? Wenn ein Kandidat erkennt, dass er keine Chance hat und aus freien Stücken verzichtet, das ist in Ordnung. Aber man sollte niemanden öffentlich auffordern, von der Kandidatur Abstand zu nehmen und dann das Spitzenamt der Partei hinter verschlossenen Türen auszukungeln. Erst mal ist es grundsätzlich gut, wenn man darüber spricht, welches gemeinsame Verfahren man haben kann. Und wenn eine Einigung möglich ist, ist sie sicherlich auch ein guter Schritt. Einig sind sie sich in dieser Frage also nicht. Doch stünde nur ein Kandidat zur Wahl, würde das vermutlich vieles leichter machen. Damit ließen sich z.B. Lagerbildungen und zerstrittene Parteimitglieder vermeiden. Entscheidend wird sein, wie verhalten sich diejenigen, die nicht gewinnen. Und da erwartet die Partei 100-prozentige Solidarität zum Sieger. Wenn sich daran alle halten, dürfte es ja kein Problem geben. Selbst wenn 3 Kandidaten antreten. Nur was, wenn es auf einmal 4 werden? Denn immer wieder wird Jens Spahn genannt, ganz und gar nicht auszuschließen, dass auch er noch antritt. Doch in einer Frage sind sich dann doch alle einig. Wichtig ist, dass wir im Dezember wählen. Denn sollte sich die Wahl wegen der Corona-Pandemie weiter verschieben, wäre das ganz und gar nicht gut für Stimmung und Ansehen der CDU. Wenn die Wahl dann erledigt ist, steht aber sogleich ein neues Problem vor der Tür, das da lautet, wer soll jetzt eigentlich Kanzler werden? In unserem Hauptstadtstudio begrüße ich meine Kollegin Christine Spitzer. Angrit Kramp-Karrenbauer hat die 3 potenziellen Kandidaten für den CDU-Parteivorsitz nach Berlin eingeladen. Hätte man das nicht auch per Videokonferenz machen können? Hätte man sicherlich. Aber es gab doch ein paar wichtige Dinge zu besprechen. Man hat sich jetzt auf ein Prozedere geeinigt, wie sich die Kandidaten auch der Partei und der Öffentlichkeit vorstellen können. De facto ist damit auch klar, dass jeglicher Versuch, da im Vorfeld noch zu vermitteln, nicht mehr gelingen wird. Sondern dass die 3 Kandidaten, die aussichtsreichsten Kandidaten, jetzt auch in die Vorstellungsrunden gehen. Es soll 2 öffentliche Talks geben, die möglicherweise auch im TV ausgestrahlt werden sollen. Wie genau das funktionieren soll, ist noch völlig offen. Und es soll auch Mitgliederinterne Veranstaltungen geben, exklusiv für die Mitglieder, wo sich die Kandidaten dann vorstellen können. Bleibt es denn jetzt bei den Dreien oder könnte noch ein Vierter, z.B. Jens Spahn, hinzukommen? Ja, das wird immer sehr oft diskutiert. Da gibt es Teile der Partei, die sich das gut vorstellen könnten, die ein bisschen enttäuscht darüber sind, dass sich Jens Spahn dort dem Ministerpräsidenten von Nordrhein-Westfalen, Armin Laschet, angeschlossen hat. Im Moment wird erst mal vieles davon abhängen, wie der künftige Vorsitzende gewählt wird, wie stark er dann im Amt ist. Dann ginge das nur, wenn einer freiwillig verzichtet. Das halte ich im Moment für sehr ausgeschlossen. Nun gehen ja die Kandidaten mit sehr wahrscheinlich klaren Vorstellungen in dieses Gespräch. Hat sich einer von Ihnen vor der Presse geäußert? Ja, der Einzige, der sich geäußert hat, ist Norbert Röttgen, der schon vor dem Gespräch in die Offensive gegangen ist, der sich ja auch im Vorfeld für öffentliche Auftritte ausgesprochen hatte und der jetzt nach dem Gespräch ganz erleichtert wirkte, aber da wenig Details hat blicken lassen. Und alle anderen haben sich eher heute rar gemacht. Norbert Röttgen möchte auf jeden Fall eine engere Einbindung der CDU-Parteimitglieder. Hat die SPD mit ihrem Mitgliederentscheid die CDU da unter Zuckzwang gesetzt? Na, es gab so ein Bedürfnis 2018, dass man sich mehr austauscht, dass man mehr Wettbewerb in die Partei bringt, als es um den Parteivorsitz ging. Und Annegret Kramp-Karrenbauer sich durchgesetzt hat, da hat man das als Impuls empfunden, als Belebung der Partei. Inzwischen hört man eher Gegenteiliges und doch den starken Wunsch, jetzt diese Kandidatenfrage zu klären, den Parteivorsitz zu klären. Und vor allen Dingen möchte die Basis wissen, mit wem sie in den Wahlkampf ziehen kann. Und da ist eher das Bedürfnis im Moment, jetzt eine Entscheidung zu treffen. Am 4. Dezember soll der Parteitag stattfinden, diesmal voll digital per Videokonferenz. Wer hat denn Ihrer Meinung nach die größten Chancen? Ja, das ist ein Blick in die Glaskugel. Das ist schwer zu sagen. Ich gehe davon aus, dass es ein enges, ein knappes Ergebnis werden kann. Es gibt Menschen, die sich eine Fortsetzung des bisherigen Kurses wünschen, die eher zu Armin Laschet tendieren. Es gibt Anhänger, die eher zu Friedrich Merz tendieren. Norbert Röttgen werden nach wie vor ja Außenseiterchancen eingeräumt. Da muss man sehen, ob man ihm mit dieser Position gerecht wird und ob möglicherweise, wenn es in einen weiteren Wahlgang ginge, wie sich seine Stimmen verteilen könnten. Aber das ist wirklich ein Blick in die Zukunft. Und ich gehe eher davon aus, dass es ein knappes Ergebnis wird. Und das wird die große Herausforderung für den künftigen und neuen Parteivorsitzenden sein, dann diese Enden wieder zusammenzubinden. Sie haben es vorhin angesprochen, es geht ja auch um die Kanzlerkandidatur. Und traditionell hat der CDU-Vorsitzende auch Anspruch darauf. Nur ist da ja auch noch die CSU mit Herrn Söder im Spiel. Wie will man denn damit umgehen? Ja, auch da gibt es einige, die das immer wieder ins Gespräch bringen oder das zumindest nicht ausschließen. Söder hat ja selbst durch diverse Nebenbemerkungen sich auch immer wieder selbst ins Gespräch gebracht. Darum ist es jetzt etwas ruhiger geworden in dieser Zeit, in dieser Phase, in der sich die CDU befindet. Sie wird ohne Angela Merkel ihre Zukunft gestalten. Halte ich es eher für ausgeschlossen, dass diese Variante noch mal aufs Tableau gehoben wird. Denn die Partei, die CDU, wird sicherlich jetzt einen Parteivorsitzenden wählen, der dann möglicherweise auch nach der Krone greift. Und dann wird die große Frage sein, wie geschlossen sich alle dann hinter diesem Kandidaten versammeln. Also, es bleibt spannend. Bis dahin, herzlichen Dank, Christine Spitzer nach Berlin. Amin. 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 Vielen Dank.